So Leute, das sind wir wieder. Zurück bei Super Mario 64. Wir schließen jetzt diese gottverdammte Welt ab. Time Jumps and Moving Bars. So, jetzt müssen wir ähnlich hoch, aber nicht ganz so hoch. Das war der Stern, den wir schon im letzten Part gesehen haben. Und dass es jetzt so ekelhaft abgeht, das gefällt mir nicht. Ich meine, guckt euch das an, wie schnell es ist. Oh mein Gott! Hier bräuchte man wirklich langsam. Zack, hau du mal ab hier. Danke. Junge, was geht ab? Oh, Junge, mein. Junge. Ich raste hier vollkommen aus. Aus. Richtig aus. Aber Leute, dieses Spiel neigt sich irgendwie auch schon jetzt langsam dem Ende zu. Weil es muss doch auch irgendwann mal vorbei sein. Und ein Stern, ein Extra-Lehen-Stern wäre ja geil, wenn wir hier immer einen Stern bekommen würden. Das würde das Spiel viel zu leicht tätigen. Yay, Swag und so. Wow, das wird jetzt so ein kranker Scheiß. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott Gottverdammte Welt ist vorerst abgeschlossen. Time Jumps on Moving Bars. Und ich weiß, dass da hinten auch was ist. Da hinten da. Aber das mache ich ja ganz zum Schluss. Also wenn ich die Welt ja, ouch. Fertig hab. Ausnahme die 100 Münzen. Dann kommt die Welt da hinten dran. Rainbow Road. Cruiser Crossing the Rainbow. So. Und hier ist dasselbe Thema. Ich habe Angst. Aber nicht so sehr Angst wie vor der anderen Welt. Ich bin froh, dass ich die andere Welt fast abgeschlossen habe und nur noch die 100 Münzen fehlen. Das finde ich super richtig dufte, richtig knorke. War das nicht um Blausfeuer? Man kann ja nicht alles haben. So. Neuer, 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 neuer Gegner. Lakito. Autsch. Und er hat mich direkt runtergefeffert. So oft bin ich dann doch nicht gefailt. So, ich mache hier selbes wie bei TikTok. Glock. Zack. Ux, 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 ux. Ja. Ja. So. Ah, ne. Lass mal den Cock mal, weil sonst verschwindet der Teppich irgendwann. Oh Gott, ich hatte Angst. Dass mir der Teppich hier einfach unter die Füßen verschwindet. Ich habe das so in Erinnerung, dass wir dich hier erlangen müssen. Und deswegen mache ich hier einen Safe State. Oh ja. Ich meine, das ist gut zu rumlaufen. Und Es kommt von dahin, wo wir hin müssen. Daher, wo wir hin müssen. Es wird Nein. Okay, es geht weiter. Oh ja. Wunderbar. Ist doch wunderbar. Wunderschön. Diese dummen Sound Effects. Ich glaube, hier waren die Entwickler so etwas auf Drogen. Also, wer kommt darauf? So eine Scheiß. Oh, Lakito ist so asozial. So, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Weg. Ich glaube, der hier war es. Ich glaube, das war richtig. Ach, da war blaues Feuer. Alles klar. Ich glaube, der hier war es. Ist wunderbar. Ich glaube, der hier war es. Wunderbärchen, ja. Oh Gott, alter Mann. So, das Teil soll uns bestimmt runter schubsen. Runterschieben. Und damit wäre auch der größte Akt so gut wie er es schafft. Ja, von mir ist ein Stock. Und da oben ist der Stern. Der Stern, 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 Stern. Stern, 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 Stern. Stern, 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 da ist er, da ist er, und jetzt komm schon. Stern, 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 Stern Big House in the Sky Jetzt müssen wir da hoch zu diesem Schloss So, da waren wir eben Da müssen wir übrigens nochmal rauf Aber erst später, da sind die roten Münzen Da geht's auch nochmal lang Aber wir müssen da hin Dieses Mal müssen wir halt, glaube ich, einfach nur Den normalen Weg wieder zurücklegen Oh Gott, Junge Autsch, wie kann der mich treffen? Ich bin drei Felder über ihm Und jetzt gehen wir wieder hier hinauf Ganz lang Wow Safe state Oh yeah Jesus, ich fühl mich so geil Mann, was ist hier los? Ich raste hier noch komplett aus Ich raste hier noch komplett richtig fett aus Yeah, so hoch Oh Gott Junge Junge Ich hab ja schon Vor allem das hier war ja Marek64 war ja Quasi der Start Safe state So, hier müssen wir jetzt hier lang Und du haust ab Ich hab ihn dieses Mal sogar getroffen Junge Und jetzt wird es hier auch noch lang Da waren wir eben Und jetzt geht es hier rein So, die Mission ist eigentlich schon fast geschafft Safe state Wegen der Flamme Scheiße Oh Gott, Junge So, jetzt machen wir es uns voll umständlich Weil wir gehen jetzt erstmal noch hier lang Ich mach Salveys wie ein Schwein Und noch ein Salvey Jetzt geht es nämlich hier nach unten Richtig nach unten Und natürlich ist hier Wieder die Flamme Feuer, Feuer, Feuer Oh Gott, das war schon wieder sowas von knapp Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Und richtig im Stern drinnen Yeah So, Meisters The big house in the sky 99 Sterne 99 Und ich will noch den hundertsten schaffen Coins amassed in a maze Das sind jetzt die roten Münzen, oder? Ne, auf die hab ich noch keinen Bock Ich geh einfach hier nach hinten So Und ich hab keinen Bock auf So Hier Hier gibt es auch einen Stern, der ist nicht allzu schwer Oh schwer Yeah, 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 yeah It's dancing, awaiting Ich hab jetzt drei Sterne gerade mal in diesem Part geschafft Na die dauern hier so lange Da steppte mir zu, oder? So, du verschwindest, Gumba Hoffentlich hab ich jetzt nicht Gumbrina aus Paper Mario gekillt Und da ist auch der Stern Wunderbar Nein Oh, jetzt nicht in den Tod springen Ja, so Im nächsten Part dann die restlichen Sterne hier Tschüss, Mann Swinging in the breeze Tschüss Tschau Tschau Untertitelung des ZDF, 2020